Die Klappe! Dein Geschwätz nervt! Um deinem Abschied ein wenig Würze zu verleihen, spiele ich jetzt Pfeffermühle mit dir. Ich glaube, wir werden dabei viel Spaß haben. Der Pfeffer muss ganz grob gemahlen werden, damit das Steak schmeckt. Gleich siehst du, was sich da für ein wunderbares Aroma entfeindet. Ah, bitte nicht! Nein, du's nicht! Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Guten Appetit!